Manuel, du hast dich heute schick gemacht. Was ist los bei Easy German? Wir stehen vor der Deutschen Botschaft in Warschau und treffen gleich den Botschafter. Und der wird sicher einen Anzug tragen. Wir haben heute eine besondere Live-Aufzeichnung unseres Podcasts hier. Manuel, wo kann man den Podcast hören? Falls ihr ihn noch nicht abonniert habt, findet ihr den Easy German Podcast in jeder Podcast-App und auf easygerman.fm. Über 400 Episoden haben wir schon gemacht. Und wenn ihr diese Episode jetzt schon hört in der Podcast-App, dann denkt dran, diese Episode gibt es ausnahmsweise heute auch auf YouTube. Sogar mit Untertiteln, wenn ihr hier auf CC klickt. Los geht's! Hallo Manuel. Hallo Cari. Und ein ganz herzliches Hallo und Willkommen an den Botschafter der Bundesrepublik Deutschland hier in Warschau, Viktor Elblink. Ja, hallo. Schön, dass ich bei Ihnen sein kann. Wir freuen uns sehr, dass wir Sie heute bei uns zu Gast haben und Sie uns bei Ihnen in der Botschaft zu Gast haben. Das ist ein ganz besonderes Setup. Wie sind wir denn dazu gekommen? Ich glaube, das war deine Idee und du hast einfach eine E-Mail geschrieben. War das so? Richtig. Das war sehr schön, sehr unkompliziert. Wir haben einfach uns per E-Mail ausgetauscht und jetzt sind wir hier bei Ihnen zu Gast. Das freut uns sehr. Sind wir hier eigentlich auf deutschem Staatsterritorium? Erst einmal herzlich willkommen an Sie und schön, dass Sie hier sind. Nein, es ist kein deutsches Staatsterritorium. Das ist polnisches Staatsterritorium. Es gelten aber besondere Regeln für das Gelände von Botschaften. Wenn etwas hier vorfällt, dürfen die staatlichen Behörden des Gastlandes, also in diesem Fall Polens, ohne Zustimmung des Botschafters nicht das Gelände betreten. Das ist die Besonderheit. Aber es ist polnisches Staatsgebiet. Okay. Wir sind also immer noch in Polen, Manuel. Und was mich besonders freut, wir sind nicht nur zu dritt hier aus Deutschland, sondern wir haben ein großes, kleines, großes Publikum mitgebracht. Vielleicht könnt ihr euch mal bemerkbar machen und Hallo sagen zusammen. Hallo. Okay. Wir haben hier ungefähr 30 Polinnen und Polen zu Gast und auch andere, einige andere Staatsbürgerschaften sind hier vertreten. Also alles Menschen, die hier in Warschau leben und Deutsch lernen. Das ist etwas ganz Besonderes. Haben Sie so einen Austausch schon mal gehabt, Herr Botschafter, mit Deutsch Lernenden in Warschau? Wahrscheinlich treffen Sie viele Menschen hier, die Deutsch lernen. Also nicht spezifisch mit einer Gruppe, so wie heute, aber schon mit vielen einzelnen Personen, die Deutsch lernen. Das ist ja das Land, wo es die meisten Deutsch lernen überhaupt gibt. Richtig. Das heißt, also es gibt viele, die Deutsch lernen, das ist sehr erfreulich. Das ist ja auch keine ganz einfache Sprache, also insofern schön. Aber ich treffe viele Leute, die Deutsch mögen und sich für Deutschland interessieren und Deutsch lernen auch. Lernen Sie denn auch schon Polnisch? Tue ich, ja. Jeden Tag. Jeden Tag? Jeden Tag. Ja, so ist es auch nicht ganz einfach, aber sehr interessant. Sie sind ja auch erst seit ein paar Monaten überhaupt hier. Ja, seit sechs Monaten ungefähr. Das ist spannend. Wir freuen uns. Es wird eine besondere Episode, denn tatsächlich ist unser Anliegen, unsere Idee heute, dass eure Fragen an den Herrn Botschafter gestellt werden. Das heißt, die Fragen, die wir heute hier präsentieren, sind gar nicht unsere Fragen. Es sind eure Fragen und das ist irgendwie das Besondere heute an dem Format. Genau. Starten wir. Starten wir. Wir haben eine Frage bekommen von Gabriela. Gabriela, bist du hier? Noch keine persönliche Frage, Janusz? Da haben wir dich nicht richtig gebrieft. Wir sagen dir Bescheid. Wir sagen dir Bescheid. Wir werden einige Fragen selbst vorlesen und einige Fragen werdet ihr persönlich stellen. Gabriela hat gefragt, wie sieht eigentlich ein typischer Tag im Leben eines deutschen Botschafters aus? Ein deutscher Botschafter steht frühmorgens auf, normalerweise. Dann trinkt er erstmal einen Tee und fängt an, die ersten Mails zu lesen. Was ist es frühmorgens? Bei uns ist es so neun, zehn. Ja, bei mir ist es so halb sieben oder so etwas. Und dann sehe ich mir die ersten Mails an und bei einer Tasse Tee, dann bringe ich meinen Hund raus, normalerweise. Und dann so langsam bereitet man sich aufs Büro vor. Ich habe es ja ganz nah. Also ich kann in wenigen Metern, in wenigen Minuten im Büro sein, gehe dann ins Büro rüber und dann fängt der normaler Tag an. Wir haben häufig Sitzungen des Botschaftspersonals und dann gibt es natürlich viele Termine, die wir haben intern, also hier Termine, aber auch Termine, die wir mit anderen Kollegen draußen haben, mit polnischen Behörden oder mit anderen Botschaften auch. Und häufig gibt es auch Abendstermine. Also die Tage sind eigentlich meistens ziemlich voll mit vielen Terminen. Ja, so wie dieser. Ja, so wie heute. Sie haben gerade gesagt, seit sechs Monaten sind Sie hier. Vorher waren Sie, glaube ich, in Mexiko, stimmt das? Also ich komme erst mal aus Rom. Ich war vorher Botschafter in Rom, in Italien und vorher in Mexiko, ja. Okay. Hanja möchte von Ihnen wissen, welches war denn Ihr Lieblingsland, in dem Sie bisher gearbeitet haben? Und wieso haben Sie sich jetzt für Polen entschieden? Oder haben Sie das überhaupt selbst entschieden? Ein Lieblingsland kann ich so eigentlich nicht sagen. Ich finde wirklich, dass jedes Land eigene Besonderheiten hat. Jedes Land ist interessant und es kommt immer auch sehr auf einen selbst an, ob man sich einlässt auf eine Kultur eines Landes, auf ein Land, auf seine Leute, auf seine Probleme, auf seine Möglichkeiten. Und so ist jedes Land anders. Und ich habe großes Glück gehabt, weil ich mich immer in Ländern aufgehalten habe und gearbeitet habe, die viel Kultur hatten, eine sehr eigene Geschichte hatten. Und insofern war es immer eine Bereicherung. Und ich kann nur sagen, das war wunderbar. Es waren Länder in Europa, die wichtig waren, also so wie Spanien und Italien, zum Beispiel jetzt Polen. Aber auch in Asien und in Lateinamerika. Also es war alles immer anders, unterschiedlich, aber alles auf seine Art immer sehr, sehr spannend, sehr interessant. Und Polen, ja, naja, muss man nicht viel sagen. Also Polen ist eines der wichtigsten Länder, die wir in Europa haben. Das heißt für uns, die wir uns für die Zukunft Europas interessieren, ist Polen ein zentrales Land, ein Schlüsselland. Ganz wichtiger Nachbar von uns, also nahe an Deutschland, also für Deutschland spezifisch ein wichtiges Land. Und dann haben wir natürlich leider ganz in unserer Nähe hier auch einen furchtbaren Angriffskrieg, den wir jetzt erleben. Und da spielt natürlich Polen nochmal eine zentrale Rolle auch unter vielen Aspekten, sodass alles in allem, das für einen deutschen Diplomaten natürlich ein toller, ein besonderer, ein sehr wichtiger Posten ist. Insofern ist es mir nicht schwer gefallen, diesen Posten anzunehmen. Miko Wai, du hast auch eine Frage uns geschickt und möchtest die auch gerne persönlich stellen. Janusz, jetzt ist dein Moment gekommen. Ja, hallo, sehr gerne. Möchte ich persönlich eine Frage stellen. Also Herr Botschafter, Sie repräsentieren den Staat Deutschland, sowohl als auch die Regierung, die aktuell den Staat regiert. Sie können theoretisch die Regierung persönlich unterstützen oder nicht, aber trotzdem müssen sie die Meinung der Regierung in Polen repräsentieren. Denn mir interessiert besonders, wie findet man in dem Beruf von Ihnen das Gleichgewicht zwischen was ist persönlich und was ist offiziell? Ja, das ist eine gute Frage. Ich bin seit über 30 Jahren Diplomat jetzt, habe eigentlich nie einen solchen Gewissenskonflikt gehabt. Das hat sicher auch damit zu tun, dass in der Außenpolitik die Positionen meistens der demokratischen Parteien nicht so weit auseinander sind. Da gibt es, glaube ich, nicht so große Unterschiede, sodass es für einen Vertreter Deutschlands, ich glaube eigentlich aller demokratischen Staaten, für die gilt das, glaube ich, solange demokratische Grundsätze eingehalten werden, gibt es da, glaube ich, keinen Gewissenskonflikt. Ich habe jedenfalls kein einziges Mal das Problem gehabt, dass ich etwas vortragen musste, zum Beispiel, das ich selbst abgelehnt habe oder nicht für richtig fand. Das hat es eigentlich noch nicht gegeben. Und ich kenne ganz, ganz wenige Fälle aus dem Kollegenkreis, die gibt es vereinzelt, aber sehr selten, wo jemand gesagt hat, das ist etwas, da kann ich nicht mitgehen und so. Also mir ist es jedenfalls noch nicht passiert. Spannend. Unser nächstes Segment heißt Kulturschocks und Kulturunterschiede. Und da hat Hanja, die direkt neben dir sitzt, Janusz, eine Frage an Herrn Botschafter. Guten Tag, Herr Botschafter. Ich würde gerne wissen, was ist Ihr Eindruck von Polen und hatten Sie in den ersten Wochen oder Monaten Ihres Aufenthalts hier einen Kulturschock? Einen Kulturschock habe ich nicht gehabt eigentlich, sondern man fühlt sich schon in Europa hier natürlich und das ist schon mal das Erste. Und man fühlt sich mehr zu Hause als fremd. Das ist, glaube ich, der erste Eindruck. Und dann ist das, glaube ich, ein Land und auch eine Bevölkerung, die sehr offen sind, sehr jung sind. Ich habe mich vielleicht ein bisschen gewundert, wie viele Leute eigentlich gut Englisch sprechen in dem Land. Wenn die merken, dass man mit dem Polnisch noch nicht so richtig weiterkommt, dann switcht man sehr schnell auf Englisch. Und Leute sprechen sehr gut Englisch, ich finde besser als in Deutschland, ehrlich gesagt. Und das war vielleicht so eine kleine Überraschung. Aber ansonsten habe ich mich sehr schnell zu Hause gefühlt. Warschau ist eine sehr angenehme, eine sehr offene Stadt, eine sehr europäische Stadt, sodass es insgesamt ein einfacher Beginn gewesen ist für mich. Wie ist das denn im Alltag? Gehen Sie dann, wie macht man das als Botschafter? Geht man selber in ein Geschäft einkaufen? Fragt man dann auf Polnisch? Versuchen Sie dann Polnisch zu sprechen? Ja, ja, ich quäle die Leute in den Geschäften immer mit Polnisch. Aber die Leute sind immer sehr, sehr freundlich und sehr nett und freuen sich auch ein bisschen, dass man es versucht. Ja, aber natürlich gehe ich allein in die Geschäfte. Das ist ja hier ein freundliches Umfeld auch. Und Poln ist ja ein Partner in der Europäischen Union und liegt in Europa. Und hier ist alles eigentlich fast alles wie zu Hause. Und insofern haben wir hier keine Probleme, uns ganz frei zu bewegen und ein ganz normales Leben zu führen. Das ist nicht in allen Ländern so. In einigen Ländern ist das anders. Da gibt es Sicherheitsthemen, muss man begleitet werden. Aber ich versuche und schaffe es, glaube ich, auch ein ganz normales Leben zu führen. Ich sagte ja eben, jeden Morgen gehe ich eigentlich mit meinem Hund spazieren und hier wie alle anderen auch und treffe die anderen Hundebesitzer. Und dann, wir kennen uns langsam und begrüßen uns und so. Und das ist alles okay. Sind das dann auch Botschafter, die hier spazieren gehen mit ihren Hunden? Nein, eigentlich nicht. Das sind eigentlich ganz normale, meistens polnische Bürger, glaube ich, und Bürgerinnen, die hier einfach mit ihren Hunden spazieren gehen. Es ist ja sehr schön hier im Umfeld. Es ist ja sehr grün auch und eine schöne Parklandschaft. Und viele Menschen gehen dann ein bisschen spazieren und führen ihre Hunde aus. Das ist eigentlich sehr nett. Jetzt haben Sie gerade gesagt, es ist eigentlich alles wie zu Hause hier im Großen und Ganzen, aber es sind ja doch unterschiedliche Länder. Und Elspieta möchte wissen, was können denn die Polen von Deutschland lernen? Und Konrad möchte das Gegenteil wissen. Was können wir Deutschen von den Polen lernen? Ja, wir können immer lernen. Das ist erstmal das Wichtigste. Ich glaube, wir können überall etwas lernen. Man muss aufgeschlossen sein, glaube ich, um diese Unterschiede wahrzunehmen und zu schauen, was bedeutet das für uns. Also ich habe zum Beispiel großen Respekt vor der Leistung Polens der letzten Jahrzehnte, der Entwicklung nach der Demokratisierung in Polen. Das ist etwas, glaube ich, wo man sagen kann, das ist sehr, sehr beachtlich gewesen. Und da hat Polen ja einen sehr, sehr großen Sprung gemacht. Ja, und das muss ich sagen, bewundere ich auch sehr. Dann sehe ich eben, dass das ein Land ist, das sehr jung ist, sehr dynamisch ist. Wenn ich an die Digitalisierung zum Beispiel denke, da ist Polen weiter als Deutschland. Ja, das können wir bestätigen. Ja, ja, ja. Da können wir auf jeden Fall etwas lernen, würde ich sagen. Ja, umgekehrt, weiß ich nicht. Da müssen vielleicht unsere polnischen Freunde sagen, was sie an Deutschland gut findet. Es gibt einige Sachen, die bei uns auch gut funktionieren. Ich finde immer zum Beispiel das Thema der beruflichen Bildung interessant und gut. Ja, das ist immerhin ein guter Einstieg, auch als zusätzliche Bildungsmöglichkeit so ins Berufsleben. Ja, das ist so vocational training, eine Berufsbildung. Das finde ich immer eine sehr schöne Säule der deutschen Wirtschaft. Aber man muss mit offenen Augen einfach schauen und es gibt immer Dinge, wo man lernen kann. Und gibt es auch eine Sache, wo Sie sagen, das ist eine wirkliche Gemeinsamkeit neben den alltäglichen Dingen, die Sie schon angesprochen haben, zwischen Deutschland und Polen? Diese Frage hat Monika gestellt. Ich glaube, wir haben sehr viel gemeinsam. Also man merkt schon, dass wir nahe Nachbarn sind mit viel Geschichte, die uns auch vereinigt und zusammenbringt. Das fängt bei der Küche an, das fängt bei Gewohnheiten an. Ja, wer essen alle Kartoffeln? Zum Beispiel Kartoffeln oder auch Sauerkraut, Vigos oder so gibt es nicht. Da gibt es einiges, Patschki und die Berliner bei uns. Also es gibt vieles, glaube ich, was man da nennen könnte. In der Küche findet man viele Dingen, die, glaube ich, auch eine gemeinsame Geschichte haben. Und das ist auch so in Europa normal und wenn ich auch schaue, so auf die Unterschiede, die es in einzelnen Regionen gibt, ist es auch etwas, was wir gemeinsam haben. In jeder Region gibt es Unterschiede, in Polen, auch in Deutschland. Und das ist also nicht nur so eine gemeinsame Suppe überall, sondern es sind ganz unterschiedliche Schwerpunkte. Und ich finde das sehr, sehr spannend. Aber es gibt ganz, ganz viele Gemeinsamkeiten. Und je länger man beide Länder kennenlernt, glaube ich, desto schneller merkt man auch, dass da viele, viele Dinge sind, die gemeinsam sind. Wie halten Sie das denn mit der polnischen Küche? Haben Sie Ihre Essengewohnheiten hier umgestellt und essen jeden Tag Pirogi? Oder dann doch lieber einen deutschen Kartoffelsalat? Beides eigentlich. Also ich gehöre zu den Menschen, die eigentlich fast alles gerne essen und probieren. Und ich finde die Küche ja sehr interessant und versuche wirklich alles zu essen. Also insofern ist das für mich kein Problem. Man muss einfach ein bisschen offen auf die Dinge zugehen. Und ich finde das sehr schmackhaft. Zum Teil ein bisschen schwer. Also es ist so eine winterliche Küche, finde ich. Die polnische ein bisschen ähnlich. Ist ja auch ein langer Winter. Ein längerer Winter. Ja, aber auch nicht so anders als in Deutschland, ehrlich gesagt. Ja, das sind ungefähr auf derselben Breitengrad da. Insofern gibt es da Parallelen. Aber spannend, da die Unterschiede zu sehen, auf jeden Fall. Unser nächstes Thema sind die deutsch-polnischen Beziehungen. Und da haben wir eine Frage von Olla, die hier drüben sitzt. Guten Tag. Wir wissen, dass die deutsch-polnischen Beziehungen nicht immer die besten waren. Wie sehen Sie persönlich Ihre Rolle als deutscher Botschafter in Polen, um die Beziehungen positiv zu gestalten? Was unternehmen Sie aus Ihrer persönlichen Perspektive, um dazu beizutragen? Ja, also ich würde erst mal sagen, dass moderne Diplomatie heute nicht nur die Beziehungen zwischen Regierungen sind. Das ist sehr wichtig. Natürlich vertreten wir Regierungen, vertreten wir auch den Bundespräsidenten und so. Aber ich glaube, die Beziehungen zwischen den Gesellschaften und den Zivilgesellschaften, das ist mindestens genauso wichtig. Und man könnte sagen, dass in den letzten Jahren die Beziehungen auf der Regierungsebene vielleicht nicht ganz so intensiv gewesen sind oder so gut gewesen sind wie vielleicht zu anderen Zeiten. Aber gleichzeitig haben wir weiter sehr, sehr intensive, sehr tiefe Beziehungen zwischen den Zivilgesellschaften gehabt. In der Wirtschaft, in der Kultur, beim Jugendaustausch zum Beispiel, in der Kultur. Also da gibt es sehr, sehr viele Dinge, die stattgefunden haben. Insofern gibt es immer mehrere Ebenen und ich glaube, mir ist es wichtig und unserem Team hier in der Botschaft ist es wichtig, dass wir auf allen diesen Ebenen eine Intensivierung haben. Dass wir möglichst viel anbieten können, dass die Menschen zueinander finden. Und das ist die eigentliche Aufgabe einer Botschaft. Ich glaube, es wäre falsch zu denken, dass eine Botschaft wirklich nur eine Regierung vertritt. Das reicht nicht aus heutzutage. Man muss an die Menschen denken, auf die Menschen zugehen und ihnen Angebote auch formulieren. Das sehe ich als unsere Aufgabe. Jetzt haben Sie gerade schon so ein bisschen darauf angespielt. Es hat sich viel getan politisch in Polen in letzter Zeit. Wie beurteilen Sie denn jetzt die aktuellen deutsch-polnischen Beziehungen? Diese Frage kommt von Adam. Also Sie müssen als Botschafter und wollen als Botschafter mit egal welcher Regierung natürlich immer zusammenarbeiten. Die Entscheidung, wer in einem Land regiert, ist ja nicht bei uns, sondern in diesem Fall beim polnischen Volk, das ja gewählt hat. Aber wir merken natürlich schon, dass wir jetzt eine Phase haben, wo eine große Aufgeschlossenheit für Deutschland da ist. Auch eine Normalisierung im Austausch. Wenn wir an die großen Themen denken, die uns jetzt alle bewegen. Ukraine ist ein solches Thema. Aber auch die Zukunft der Europäischen Union. Da sitzen wir einfach am Tisch und unterhalten uns nicht immer mit denselben Positionen. Das ist auch völlig normal in allen Ländern. Es gibt nie identische Positionen. Aber wir setzen uns hin und wissen, wir wollen eine Lösung finden. Und da stehen wir jetzt. Und das ist insofern sehr angenehm, sehr gut. Und ich würde sagen, europäische Normalität. Und wo, glauben Sie, geht die Reise hin? Wo stehen wir in zehn Jahren vielleicht, in 20 Jahren? Also wie wird die Zukunft dieser Beziehung aussehen? Ich glaube, dass das, wie ich eben schon versucht habe zu sagen, das ist eine sehr wichtige Beziehung für uns, eine Schlüsselbeziehung. Und ich glaube, wenn wir an die Zukunft Europas denken, dann würde es so sein, dass diese deutsch-polnische Beziehung, vielleicht auch dieses Weimarer Dreieck zusammen mit Frankreich, entscheidend dafür sein, wie dieses Europa der Zukunft gestaltet wird. Also gemeinsam müssen wir uns überlegen, wo wollen wir eigentlich hingehen? Es ist schwer, das heute zu definieren. Das müssen die Bürgerinnen, Bürger auch sagen. Ja, was wollen sie? Und wir müssen versuchen, diese Schritte gemeinsam zu gehen. Aber in der Definition dessen, was diese Zukunft ist, da glaube ich, wird Polen eine sehr wichtige Rolle spielen. Wir haben jetzt hier im Publikum ganz viele, vor allem junge Menschen, aber auch ein paar ältere Menschen, die sich sehr für Deutschland interessieren. Und viele Menschen hier haben gefragt, was können Sie denn machen? Was können wir noch machen, um die Beziehungen zu verbessern? Oder gibt es vielleicht sogar Angebote von der Deutschen Botschaft, die Sie noch nicht kennen? Was machen Sie denn, um jetzt konkreten Austausch zu ermöglichen? Es gibt immer etwas, was jeder machen kann und tun kann. Man sollte nie nur auf die offiziellen Stellen schauen, sondern es gibt immer Möglichkeiten, sich selbst zu engagieren. Aber in der Tat, es gibt eine Menge Angebote. Gerade so, wenn wir an junge Leute denken. Es gibt das Deutsch-Polnische Jugendwerk zum Beispiel, das tolle Arbeit macht und die Menschen zusammenbringt. Das Goethe-Institut versucht, in Polen, glaube ich, mit großem Erfolg, Angebote zu formulieren, was die deutsche Kultur angeht, Filme zu zeigen, Sprachangebote zu machen. Also es gibt viele Möglichkeiten, sich wirklich zu informieren. Ich würde sagen, da lohnt es sich auch ein bisschen zu schauen, was auf den Homepages der verschiedenen Veranstaltungen und Veranstalter da ist. Zum Beispiel der Deutschen Botschaft, die verlinken wir gleich hier unten. Ja, sehr gut, sehr gut, genau. Da passiert ja viel und wir organisieren ja auch viele Dinge hier zum Beispiel mit unseren französischen Nachbarn hier. Sie wissen ja, die Nachbarn aus Frankreich sind ganz nebenan, die ganzen in der Nähe. So wie im echten Leben. Wie im echten Leben, ja auch, genau. Deutschland, Frankreich, Polen, alle drei miteinander verbunden. Aber wir machen zum Beispiel ein europäisches Picknick, haben wir es genannt, wo wir die Türen öffnen und dann auch, da sind sie übrigens auch herzlich eingeladen, uns zu besuchen. 11. Mai, da werden alle Tore und Türen geöffnet. Da gibt es ein richtiges Volksfest hier in den beiden Botschaften. Und das ist zum Beispiel eine Initiative, um zu zeigen, was alles existiert, was man alles tun kann. Aber es gibt wirklich sehr, sehr viel. Es ist fast schwer, das aufzuzählen. Es ist sehr, sehr breit. Aber viele Möglichkeiten, sich da zu engagieren. Da können wir ja direkt mal in die Runde fragen. Ich weiß nämlich, dass einige von euch auch schon mal einen Austausch gemacht haben. Vielleicht Schüleraustausch, Erasmus-Austausch. Wer von euch war denn schon mal zu einem Austausch in Deutschland? Für viele, oder? Inklusive ich, aber du auch. Und ich war in Polen für einen Jahr. Du warst in Polen. Das ist toll. Und vielleicht, wenn ihr zu Hause jetzt sitzt und zuguckt und denkt, Mensch, ich möchte auch mal nach Deutschland. Oder vielleicht sitzt ihr in Deutschland und möchtet nach Polen. Da gibt es tatsächlich einige Möglichkeiten. Recherchiert mal, wie Herr Botschafter schon empfohlen hat. Genau. Ja, also was, das ist noch eine Frage von Bartosch. Also Sie haben jetzt gerade viele Dinge genannt, die die Botschaft auch macht und dann die Botschaften. Was kann man denn sonst als junger Mensch machen, um an dieser so wichtigen Beziehung zwischen diesen beiden Ländern zu arbeiten? Ich habe manchmal das Gefühl persönlich, dass so ein bisschen ein Ungleichgewicht herrscht, dass Deutschland wahnsinnig präsent ist in Polen. Und wir Deutschen, in unserem Fall, wir haben eine persönliche Beziehung zu Polen, natürlich, dass er präsent ist, aber es so im Alltag, in der Gesellschaft manchmal ein bisschen untergeht. Was würden Sie sagen, was können junge Menschen tun, um die Beziehung zwischen Deutschland und Polen zu verbessern? Ja, ich glaube, diese persönliche Ebene ist sehr, sehr wichtig. Wenn junge Menschen andere junge Menschen treffen, also reisen, besuchen, einen Austausch machen als Schüler, als Studenten an deutschen Universitäten zum Beispiel auch studieren wollen und umgekehrt. Das ist, glaube ich, der Weg, um das Verständnis zu verbreitern und zu vergrößern. Und ich glaube, es stimmt, was sie sagen. Wir müssen etwas tun, auch um das Interesse und die Kenntnis Deutschlands, der Deutschen an Polen auch zu verbessern. Ja, da gibt es ein Manko. Viele Deutschen sind ja, das hat mit der Geschichte zu tun, auch stark so vom Westen geprägt, sagen wir mal, Europas. Und schauen vielleicht mehr nach Frankreich und nach Italien traditionell. Das ändert sich jetzt aber nicht. Das hat eben sehr viel damit zu tun, was wir eben besprochen haben. Da gibt es einen frischen, einen neuen Blick. Und da glaube ich, dass junge Menschen sehr viel dazu beitragen können, indem sie sich bewegen und Leute kennenlernen und ihre Geschichte auch erzählen. Und erzählen, was hier in Polen geschieht, was hier passiert. Ja. Manuel, war es das? Ich weiß, Sie haben nicht so viel Zeit. Sie haben gleich noch ein Event. Das ist ein langer Arbeitstag für Sie. Ihr Tag ist wahrscheinlich jeden Tag so zehn, zwölf Stunden. Sind Sie schon unterwegs? Das ist ja über der gesetzlichen Arbeitszeit eigentlich. Kontrolliert Ihr Chef, der Bundespräsident, das ab und zu? Nein, das nicht. Aber es kommt auch sehr darauf an, ehrlich gesagt, was zu tun ist. Zum einen, da gibt es einige Dinge, die sind so Pflichtaufgaben, die müssen Sie wahrnehmen. Und dann gibt es viele Dinge, die vielleicht keine Pflichtaufgaben zwingend sind. Die will man aber gerne machen. Das hier zum Beispiel. Zum Beispiel dieses oder, ich weiß nicht, heute Abend gibt es zum Beispiel ein Konzert des Beethoven-Festivals. Das unterstützen wir. Und das sind so Dinge, die macht man natürlich auch gerne, weil sie eben keine Pflicht sind, aber trotzdem wichtig sind. Wo wir denken, da müssen wir uns auch engagieren, wollen wir uns auch engagieren in der Kultur. Also insofern, es ist so ein Mix mit vielen Dingen und es kommt ein bisschen auch auf einen selbst an, was man so gut findet und was man selbst fördern möchte. Vielen Dank, dass wir hier sein durften. Oh, Janusz hat noch eine wichtige Frage, signalisiert er mir. Genau. Und ich habe mich selber dabei erwischt, dass ich zugehört habe, ob Sie jetzt Ihre Antworten diplomatisch ausdrücken. Und das ist meine Frage. Muss man als Diplomat auch diplomatisch sprechen können? Haben Sie Rhetorik gelernt oder lernen müssen? Oder ist das nur ein Mythos? Ja, also ich glaube, es ist ein Mythos, ehrlich gesagt. Ich habe also natürlich keine Rhetorik gelernt. Es gab also, glaube ich, einen Zwei-Stunden-Kurs, wie man irgendwie vor einer Kamera spricht oder so. Aber ich glaube nicht, dass das so tief geht. Nein, ich glaube, man muss schon versuchen, auch authentisch zu sein und natürlich zu sein, wie man selbst ist. Das ist wichtig, damit man glaubwürdig ist, auch als Person, auch als öffentliche Person. Und ich glaube, ehrlich gesagt, dass dieser Mythos, dass Diplomatie bedeutet, Dinge möglichst verschlüsselt oder kompliziert oder versteckt zu sagen, dass das nicht richtig ist. Ich habe das bis jetzt geglaubt, ja. Weil am Ende, worauf kommt es an? Es kommt doch darauf an, dass man Vertrauen schafft. Das ist ja wahrscheinlich unsere Hauptaufgabe oder unser Ziel. Wir wollen ja immer auch Vertrauen aufbauen. Und Vertrauen kann man nur dann aufbauen, wenn das Gegenüber, mit dem man sich unterhält, weiß, wie man denkt. Und auch wenn man unterschiedliche Meinungen hat. Und ich bin eigentlich ein Befürworter von offener Sprache, von relativ direkter Sprache, von Klarheit und Transparenz. Und ich glaube, dass das gut ist, um Vertrauen zu bauen. Also insofern, ja, so würde ich ein bisschen moderne Diplomatie auch sehen. Aber ich weiß, dass auch andere, sagen wir mal, Möglichkeiten da sind. Diplomatisch gesagt. Sehr diplomatisch. Fantastisch. Wir haben noch einige Fragen, die habe ich für die Aftershow reserviert. Wir machen noch eine Aftershow, ja. Und dann würde ich aber erstmal sagen, herzlichen Dank, dass Sie bei uns zu Gast waren. Sind wir schon am Ende, ja. Beziehungsweise wir bei Ihnen zu Gast waren. Sehr gerne. Danke, dass Sie uns eingeladen haben, inklusive dem Publikum hier. Das ist ein sehr schönes Format gewesen. Vielen Dank. Herzlich willkommen. Dankeschön.